Hallo Leute, was geht ab der Polen am Start? Herzlich Willkommen zu etwas Neuem und zwar zu Skill. Man braucht auf jeden Fall Skill für dieses Spiel. Na ja. Ach nee, Spaß. Ich merke gerade, dass mein Bild ein bisschen Scheiße ist. Ich darf beim Schneiden erstmal das Bild verbreitern. Ich habe nämlich voll die schwarzen Balken am Bild. Das vergessen mich vorzustellen. Mit mir dabei natürlich Epic. Hallo. Und ich wurde gerade von B bombardiert. Und ich habe gerade den ersten Kill gemacht und habe A eingenommen. Komm mal gern. Während du gestorben bist. Das ist ja... Ich bin auch gar nicht gestorben. Also. Wir müssen ja die Bombe planen. Aber ich hoffe ein paar andere Spieler... Oh, guck mal. Schon kommen andere Spieler noch hinzu. Also die Lobby wird noch voller. Keine Angst. Ah ja, das passt schon. So, da ist ein Jude. Ich gehe zu B, ja. Also ich plante dann bei B. Warum nicht A? Geh doch A. Weil die alle denken wir gehen A. Das... Was ist... Was ist das denn? Oh, ich werde beschossen. Oh, Granate. Oh Gott. Ah super. Ich habe einen Kopfschuss bekommen. Oh, ich habe mich selber... Er hat mich in eine krasse Granate geworfen. Scheiße. Okay. Komm mal mit A. Ja, okay. Ich hole jetzt die Runde mit der schönen... äh... Famas. So. Halt du mal die rechte Flanke. Ich guck gerade aus. Alles klar. Da ist einer. Rechts um die Ecke. So, down, sauber. Weiter geht's. Ich glaube rechts war einer. Jojo, du wirst planten. Ich halte dir dann den Rücken frei. Ja. Oh Gott. Oh ja. Oh Gott. Muss nachladen. Jaja. Ist da Bombe platziert? Oh, der hat mich direkt geholt. Wo ist er? Der kommt von hinten. Der ist dort wo ich gestorben bin. Bei den Kisten. Ja, ich habe ihn gesehen. Der soll mich mal pushen. Der muss aber was machen. Der kommt von rechts jetzt. Der ruft so eine Granate. Ne, ne. Oder der Kill gegen Ice Guide. Alles klar. Der ist so und so. Ja. Ah, wird auch übrigens bald kommen. Naja. Counter-Strike bei mir. Mit Epic. Und eventuell noch mit einigen anderen. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Wir werden sehen, was sich ergibt. Alles das Spiel. Achtung. Da ist es einer. Oh, wie der mich weggemacht hat, ey. Wo ist der denn? Der ist hinten. Der ist gerade. Ah, der hatte ich. Unsere Einheiten wurden eliminiert. Uh. Wird doch noch etwas spannend. Äh, lass mal B gehen. B? Okay. Meins also, die Taktik, wenn A nicht funktioniert, dann gehen wir mal B. Ja, genau. Alles klar, ich wirf der ne Granate. Nee, noch nicht. Doch, weil die da kommen. Die stehen da ja alle. Die ist ja da wahrscheinlich. Ab ihn. So, ich bin angehittet. Hat dich jemand angehittet? Angehittetetetet. Okay, von A Seite ist anscheinend clear. Ich plante. Ja, verzieh du. Alles klar. Geht das safen, oder? Äh, safen. In dem Spiel. Man, das war nur so Spaß gemacht. Oh Gott. Von links, von der Treppe, kommt der. Oh shit, ey. Oh man. Oh, die waren beide da. Einer hat sich da hinten versteckt und der mit der Sniper, ja. Ja, das müssten sie schaffen. Wie lang ist der Diffuse hier? Zehn, oder? Äh, ich glaub, sieben Sekunden, aber das schafft er nicht mehr. Der verliert. Ja doch, doch schafft er nicht. Scheiße, okay, also sechs Sekunden. Nicht mal. Okay, alles klar. Ja doch, der Diffuse war sieben Sekunden. Aber als er angefangen hat, hatte der zehn Sekunden Zeit. Okay. Also, A, ja. B hat nicht mehr funktioniert. Ja, machen wir's so, genau. Warte, langsam, langsam, langsam. Da steht einer. Boah, nicht mal getroffen. Boah, Scharfschütze, okay. Scharfschütze, okay. Das erklärt's. Ne, das ist kein Scharfschütze, der hat mich auch mit der Farmas weggemacht. Da hinten ist ein Scharfschütze, eine Farmas und noch irgendwas. Okay. Aber die machen uns grad mega heftig weg, wa? Ja. Aber guck mal, das ist aber wieder voll, okay, die sind voll in der Überzahl. Guck mal, B, 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 B. Ach ja. Lass mal die ganze Zeit B versuchen. Okay. Weil A, da steht jetzt ein Scharfschütze und der lanzt uns einfach. Oh ja. Werfen Granate! Werfen Granate! Ich decke links ab. Ich denke, ich decke Treppe ab, falls noch jemand kommt. Bombe wurde platziert. Oh, direkt eine Ellie gegeben. Oh, von hinten, von hinten. Zwei Stück. Ja, ja. Beide Farmas. Ja, der hat mich. Muss noch mal Sound ein bisschen lauter machen. Das schafft er locker, easy. Das Ziel wurde nicht zerstört. Boah, ich muss mich unbedingt drum, äh, kümmern, wegen der Bildbreite. Schwer zu vergehen. Okay. Ich geh diesmal oben lang. Du das. Ja, nee. Okay, alles klar. Boah, die war gut geworfen, Alter. Leck mich hart am Sack. Die war mega gut geworfen. Ach du Scheiße. Einer direkt am Panzer B. Hast ihn. Ich bin gar nicht bei dir, wa? Nee, warte. Nee, du bist tot. Nee, du bist tot. Genau, tot. Oh, der eine hat voll ne geile Sniper, ja. Die wechselt ihre Farbe. Voll geil. Siehst du die? Ja. Oh. Gleiches Sniper hab ich auch, aber die Farben wechselt die nicht. Der hat ja mal nen dicken Headdy gerade verteilt. Der kommt nicht mehr. Mal gucken. Also ab 6 Sekunden kommt er nicht mehr. Und der kommt nicht mehr. Zu spät. Ja. Der kommt nicht mehr. Mission erfolgreich. Das Ziel wurde zerstört. Alles klar. Jetzt hören wir auf. Jo. Also A oder B? Ähm, B. B hat gerade funktioniert. Aber ich geh nicht oben lang, weil der Wurf von der Granate war mega gut geworfen. Na. Oh, die kommt. Die rushen. Die sind alle B. Warte, 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 warte. Flash, 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 Flash. Oh, ich war voll geflasht, ey. Durch die Wand am Ende. Durch die Wand am Ende, ja. Nee. Ich guck dir zu. Ja. Da ist einer. Der ist rechts um die Ecke, oder? Äh, ja. Der ist rechts um die Ecke. Habe ich. Was? Oh shit. Der habe ich komplett übersehen. Jetzt lass A gehen. Anscheinend funktioniert B nicht mehr. Ja. Ja. Wir müssen zwölf Runden insgesamt holen. Das ist bis zu zwölf. Ja, ja. Das wird schon. Pass auf, da steht ein Scharfschutz so gerne. Ja, ich werfe ihm jetzt die Granate über das Gebäude, so wie er mir. Einer pusht. Happy. Oh, da sind zwei Stück. Oh, Flash. Du flasht. Ja. Oh, die Flash ist in meinem Weg. Oh shit. Oh ho. Zurück, geh, zurück, geh, zurück. Ich habe P90, Junge. Oh, der hat sich dahinter versteckt. Was für ne Miese. So. Otze, ey. Von hinten. Super. Boah, da überrennen sie uns einfach mal als Kaiser. Jo. Ich brauche meine Farmers. So, bin hinter dir. Alles klar. Sollte vielleicht mal Sniper wechseln, ich weiß nicht. Die kommen vor. Ja. An der Säule. Ja, ich spray rein. Oh shit. Achtung, Nate. Ja, ja, ja. Hab's so leicht gefressen. Bleib mal hinten. Bleib mal hinten. Bleib mal hinten. Boah, shit, ey. Ich wechsel mal Sniper. Wir präsentieren uns auch gerade mega von der besten Seite, wa? Ja. Ich hab jetzt so meine Farmers gewichtet. Boah. Ja, gut. Man kriegt, es gibt auch mal Runden, wo man einfach nur aus dem Aull kriegt. Das ist halt ne CT Map, Junge. Ja, CT, genau. Jetzt, jetzt wirst du sehen, Alter. Jetzt machen wir's. Das ist ne CT Map. Oh, Leute. Wo verteidigst du? Ich geh zu A. Okay. Ja. Und fail erstmal. Du gehst B? Ich geh A. Mit dir. Achtung, ich werfe jetzt ne Granate übers Gebäude. Und jetzt trocken mich. Töte mich. Ja. Man geht halt weg. Alter, Mann. Oh, hart kassiert hab ich. Lebst du noch? Ja, ja. Pass auf, da ist ein Scharfschütze. Die haben bei AB geplantet. Naja, ich pass hier auf, falls hier irgendjemand von hinten kommen sollte. Ich hoffe, du schaffst das bei AB. Ich bin dauer. Oh, shit. Na komm, rein da. Du hast nicht viel Zeit. Schaffen wir nicht mehr. Doch. Jetzt nicht mehr. Okay, ich schaffe. Immerhin noch ein Kill geholt, weißt du? Na. Immerhin ein Kill geholt. In CS wäre das jetzt einigermaßen gut, aber... Ja. Du hast noch einen Kill gekriegt, aber jetzt hier juckt es niemanden. Ne. Diesmal... Diesmal geh ich B, Junge. Und, äh... Ich wette, die kommen durch... Tunnel. Weil einer ist schon down. Bei B. Okay. Also... Einer von uns. Hat der direkt ein Handy bekommen. Oh, da ist ein... Oh, da ist ein... Sind bei A durch. Sind bei B. Die kommt. Die plant gleich. Oh, okay. Ich... Alleine bei B, was mach ich? Da sind zwei Leute jetzt hier... Ah, die haben bei A geplantet? Da haben sie den aber überfallen, sag ich dir. Drei Leute. Läuft nicht gut. Nee. Wurden gehst du? Ja. Na, das ist klar. Dann geh ich B. Granate in Deckung! Vorsicht! Granate fliegt! Werfen Granate! Oh, da hat der mich auch weggemacht. Was für eine Fotze. Der hat mir direkt ein Handy gegeben. Epic Face, du bist auf dich allein gestellt. Na super. Oh Gott, mein Elm. Oh Gott, was war das denn gerade von dir? Ich hab den noch getroffen, so halbwegs. Aber... Äh, du warst fünf Meter an ihm vorbei. Mit dem Pahnkreuz. Jetzt geh mal mit B. Okay. Alleine schaff ich nicht. Du musst die Treppe beschützen, ich guck den Tunnel. Ich muss gerade noch hinrennen. Oh, Nate! Die werfen am Anfang mega viele Nades. Oh, da kommt sie! Treppe! Treppe, Treppe! Oh nein! Der ist vorgekommen! Ich musste nachladen. Ach, komm schon. Derb doch. Ja, von der Seite. Der ist hinten an den Kisten. Ach, du bist tot, wahr? Ja, bin down. Uh, der wollte planen. Hast du genau nicht warm gespielt, Alter. Oh, jetzt haben sie bei B geplant, weil's bei R nicht funktioniert hat. Fuck, ey, die sind echt gut, wahr? Boah. Guck mal, die haben gewonnen. Match-Niederlage, ey. 12 zu 3. Oh shit. Na gut, Leute. Das war die erste Folge.